Bei der modularen Wohnungswärmepumpe MWL 35 handelt es sich um das einzigartige Komplettsystem Wärmepumpe mit Lüftung der Firma Remco. Aufgebaut als Mehrkomponentensystem wird das Produkt für Neubau und Sanierung speziell für den Wohnungsbau im Mehrfamilienhausbereich eingesetzt. Die MWL lässt sich perfekt durch die Einhaltung der notwendigen Maße und der niedrigen Geräuschemission sogar in Küchenzeilen von Standardwohnungen integrieren. Das System ist von oben nach unten wie folgt aufgebaut. Lüftungsgerät, Wärmepumpenmodul und emollierter Trinkwasserspeicher. Das Wärmepumpenmodul der MWL mit eingebautem Inverter arbeitet als Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit einer maximalen Heilsleistung von 2,9 kW. Vorausgesetzt wird die Zuleitung eines außerhalb der Wohneinheiten installierten Quellenpufferspeichers, der 20-grediges Wasser über eine bausatzinstallierte Zubringerpumpe liefert. Dies ermöglicht einen effektiven Betrieb und im Sanierungsfall die weitere Nutzung von alten und gegebenenfalls schlecht isolierten Rohren. Der Quellenspeicher arbeitet als zentrale Stelle zur Erfassung aller installierten und erreichbaren Energien und ermöglicht eine modulare und flexible Wahl der Wärmequelle, die wir Multisource nennen. Multisource gewährleistet eine flexible Wahl und Kombination von modernen und zukunftsorientierten Wärmequellen hinsichtlich einer komfortablen Anpassung an Emissions- und Umfeldvorgaben. Das bedeutet, dass zur Erwärmung des Quellenpufferspeichers zum einen auf die möglichen Nah- und Fernwärmenetze zurückgegriffen werden kann, die vor allem in Ballungszentren und vielen Großstädten verfügbar sind. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass die Energie aus PV-Anlagen über den Heizstab und Solarthermie-Anlagen bezogen werden kann, die aufgrund der niedrigen Zieltemperatur weit über die Sommermonate hinaus im Betrieb bleiben. Der Quellenspeicher kann vorzugsweise von Luftwasser- und Sohle-Wasserwärmepumpen versorgt werden, die in diesem Gesamtsystem durch die niedrigeren Zieltemperaturen hervorragende Effizienzwerte erzielen. In ländlicheren Gegenden besteht vorzugsweise die Möglichkeit, dass BHKWs zum Beispiel von Biogasanlagen zur Versorgung eingesetzt werden. Die flexible Wahl der Energiequelle ist im Allgemeinen abhängig vom Standort und der vorhandenen Infrastruktur, die ebenso die Option bereitstellen könnte, auf die Wärmerückgewinnung aus Industrieprozessen zurückgreifen zu können. Auch höhere Temperaturen, die über den erforderlichen 20 Grad Celsius liegen, können in den Quellenpufferspeicher eingebracht und gespeichert werden. Durch den Einsatz eines Mischersystems auf der Sekundärseite wird die Temperatur in den Zuleitungen effizient heruntergeregelt und dem Speicher wieder zugeführt. Nachdem der Quellenpufferspeicher auf das notwendige Temperaturniveau gebracht wurde, versorgt die Zubringerpumpe über eine Ringleitung und in jeweiligen Stichleitungen das Wärmepumpenmodul jeder einzelnen Wohnungseinheit. Der modulierende Kältekreislauf der MWL sorgt dafür, dass das Heizungswasser der Sekundärseite jeder Wohneinheit auf das höhere Temperaturniveau gebracht wird, das sowohl für den Heizkreis als auch zur Trinkwasserbereitung des emaillierten 150 Liter Speichers benötigt wird. Für jede Wohneinheit lassen sich so die Zieltemperaturen für Warmwasser und Heizkreis unabhängig und individuell einstellen. In dieser Gesamtansicht werden in den drei Etagen die drei typischen Heizkreis-Systeme in jeweils einer Wohneinheit dargestellt. Die erste Wohneinheit zeigt den Betrieb und die Versorgung einer Fußbodenheizung. Die beiden darüber liegenden Wohneinheiten beschreiben den Einsatz von Luftkonvektoren und normalen Heizkörpern. Das in der MWL integrierte Lüftungsmodul arbeitet als zentrale, kontrollierte Wohnraumlüftung pro Wohneinheit und gewährleistet den Feuchteschutz durch eine bedarfsabhängige Regelung. Das Modul sorgt regelmäßig stoßweise für eine Mindestluftumwälzung, um die relative Luftfeuchtigkeit in der Abluft, wie zum Beispiel hier im Badezimmer, zu überprüfen. Des Weiteren wurde ein Kreuzstromwärmetauscher verbaut, mit dem eine hohe Wärmerückgewinnung erzielt und somit kalte Außenluft eingangs durch die warme Abluft erwärmt wird. Die Abluft gelangt anschließend als abgekühlte Fortluft wieder an die Außenluft. In den Wohn- und Schlafräumen wird ein geringer Überdruck erzeugt, indem frische Außenluft zugeführt wird. Zusammengefasst wurde das Lüftungsmodul so entwickelt, dass es relativ klein, platzsparend und leise arbeitet und eine mögliche Schimmelbildung verhindert. Abschließend möchten wir Ihnen noch einmal exemplarisch den Einsatz von PV und einer vorhandenen Solarthermieanlage demonstrieren. Der PV-Strom wird hier beispielsweise als Wärmeenergie über den Heizstab in den gemeinsamen Pufferspeicher eingespeist, was die unabhängige Eigennutzung des erzeugten Stromes ermöglicht. Bei Solarthermieanlagen wird nicht nur im Sommer, sondern auch bei Übergangstemperaturen in den Vor- und Folgemonaten durch die aufgewärmte Flüssigkeit der 20-gredige und somit niedrig temperierte Speicher mit Wärmeenergie aufgeladen. Die modulare Wohnungswärmepumpe MWL von Remco ist das innovative, zukunftsweisende und flexible Wärmepumpensystem mit integrierter, zentraler, kontrollierter Wohnraumlüftung inklusiv hoher Wärmerückgewinnung. Aufgebaut in einer kompakten All-in-One und besonders service- und installationsfreundlichen Plug-and-Play-Modulbauweise. Heizen, Warmwasser und Lüftung. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an die Firma Remco. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der Videobeschreibung.